Bei den aktuellen Mini- und Negativzinsen haben Sparanlagen mit guter Rendite Seltenheitswert. Ein Lichtblick sind sogenannte Genossenschaften. Sie zahlen ihren Mitgliedern satte Dividenden. Letztes Jahr im Schnitt sogar 4%. Doch was sind eigentlich Genossenschaften? Lohnt es sich Genosse zu werden und gibt es Risiken? Das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Hallo zusammen, ich bin der Kevin von bialo.de. Genossenschaftsbanken unterscheiden sich von anderen Geschäftsbanken oder Sparkassen vor allem durch eines. Diese Banken gehören ausschließlich den Mitgliedern der Bank, eben den Genossinnen und Genossen. Und auch die Genossen bekommen die Gewinne in Form von Dividenden, wie es beispielsweise bei der Deutschen Bank oder der Commerzbank der Fall ist, allerdings ohne Kursrisiko. Die Volks- und Raiffeisenbanken sind solche Genossenschaften, aber auch Sparder- und PSD-Banken. Ihr erkennt Genossenschaftsbanken ganz einfach an der Abkürzung EG, was für eingetragene Genossenschaft steht. Das ist aber nicht immer so, wie zum Beispiel beim Fall der GLS-Bank oder der Münchner Hypothekenbank. Über 840 Genossenschaftsbanken gibt es in Deutschland und das ist eine ganz bunte und vielfältige Truppe. Da gibt es zum Beispiel die Raiffeisenbank Gammesfeld aus Baden-Württemberg, die nur von einer einzigen Person betrieben wird und sicherlich zu Deutschlands kleinster Bank zählen dürfte. Sie schüttete zuletzt 8% Dividende aus. Auf der anderen Seite gibt es Riesen wie die Deutsche Apotheker- und Ärztebank. Sie ist gemessen an der Bilanzsumme oder den Kundeneinlagen die mit Abstand größte Genossenschaftsbank der Republik, gefolgt von der Berliner Volksbank und der Sparderbank Baden-Württemberg. Ihr denkt jetzt sicher, je größer das Geldhaus, desto größer die Dividende, aber es ist meist genau der umgekehrte Fall, denn es sind eher die kleinen Genossenschaftsbanken, die ihre Mitglieder mit satten Renditen belohnen. Hier einige Beispiele. Die Raiffeisenbank Elbmarsch zahlte zuletzt 10%, genauso wie die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg. Die Waldecker Bank schüttete 9% aus. Jeweils 8% waren es bei der Raiffeisenbank Wieser dem Meer, der Volksbank Heiden und der Volksbank Neunkirchen-Förden. Nicht zu vergessen, die schon erwähnte kleinste Bank der Republik, die Raiffeisenbank Gammesfeld mit ihren 8%. Aber Genosse werden klappt nicht überall. Wenn ihr beispielsweise bei der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg Genosse werden wollt, um von den 10% Dividende zu profitieren, muss ich euch jetzt leider enttäuschen, denn das geht nämlich aus zwei Gründen nicht. Erstens. Die meisten Geldhäuser beachten das sogenannte Regionalprinzip. Soll heißen, nur wenn ihr dort auch wohnt, könnt ihr Mitglied werden. Zweitens. Ihr könnt auch meist dann nur Genossenschaftsanteile zeichnen, wenn ihr auch Kunde seid, beziehungsweise einer werdet, also in der Praxis meist dort ein Jurokonto eröffnet. Diese kleinen Banken mit den hohen Zinssätzen sind noch aus einem weiteren Grund nicht so attraktiv, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Denn die Beträge, die man bei ihnen zeichnen kann, sind oft so klein, dass da kaum Freude aufkommt. Beispiel Waldecker Bank. Hier können Mitglieder maximal 10 Anteile a 20 Euro erwerben. Auf die 200 Euro bekam der Genosse für das Jahr 2019 zwar 9%, das waren ausgerechnet aber nur 18 Euro. Und die Raiffeisenbank Prignitz in der Mecklenburger Seenplatte zeigt sich in Sachen Anteile noch geiziger. Die Mitglieder bekommen zwar 8%, aber lediglich auf einen einzigen Anteil von 50 Euro. Das sind nur 4 Euro an Dividende. Naja, zumindest ein schönes Glas Bier dürfte dabei rausspringen. Aber nicht ärgern, gleich kommen wir zu den absoluten Top-Dividenden. Aber lasst uns doch noch einen kleinen Augenblick auf die exklusive Marktuntersuchung von bialo.de eingehen. Denn hier kam es uns vor allem auf den maximalen Ertrag an, den ihr erzielen könnt. Wir wollten wissen, wo die Mitglieder im vergangenen Jahr am meisten kassieren konnten. Dafür gibt es eine einfache Formel. Maximale Anzahl der Anteile, die man bei der Bank zeichnen kann, mal Höhe des Zins, mal Höhe des Anteils. 2.275 Euro war die höchste Summe. Die haben die Mitglieder der Münchner Hypothekenbank bekommen, die den Höchstbetrag von 70.000 Euro gezeichnet hatten und 3,25% an Dividende kassierten. Nochmal ein kurzer Blick zurück auf die Grafik. Ihr werdet euch sicherlich jetzt fragen, warum wir in unserer Marktuntersuchung einige Banken gelb und ein paar mit der Farbe orange markiert haben. Das erklärt sich so. Die ganz ohne Farben sind Genossenschaftsbanken, die uns auf Rückfrage versichert haben, dass sie nur Mitglieder nehmen, die auch in der Region leben. Eben wie die Volksbank in Berlin, Frankfurt oder Gamersfeld. Die gelb markierten Geldhäuser nehmen Genossen aus der ganzen Republik. Aber die müssen auch Kunde sein und beispielsweise vorher ein Girokonto eröffnen. Die Geldhäuser in Orange nehmen wirklich jeden, egal ob Kunde oder nicht. Aber in vielen Fällen lohnt es sich sogar bei den Geldhäusern Kunde zu werden und ein Girokonto zu eröffnen. Das kostet dann meist so ungefähr 50 Euro pro Jahr, aber ist nicht schlechter als ein Konto zum Beispiel bei der Sparkasse oder einer großen Filialbank. Also ein Wechsel lohnt sich quasi gleich doppelt. Diese Volks- und Raiffeisenbanken sind interessant, wenn ihr in der entsprechenden Region wohnt. Berlin, Frankfurt, Flensburg, Kiel, Erfurt, Trier und zu guter Letzt Lübeck. Bei der Berliner Volksbank konnte man zuletzt 1.300 Euro im Jahr kassieren, pro Person. Wer Mitglied werden will, muss zwar Kunde sein, ein Konto kostet aber nur maximal 6 Euro pro Monat. Bleiben im Worst Case immer noch 1.264 Euro übrig. So, genug gewartet. Lass uns doch endlich zu den Dividenden-Highlights kommen. Wie bereits erwähnt, kann man bei den meisten Banken nur Genossenschaftsanteile zeichnen, wenn man auch im betreffenden Ort wohnt. Das stimmt für gut 700 Banken, für den Rest eben nicht. Beispiel Münchner Hypothekenbank. Dort lassen sich nämlich pro Person bis zu 100 Anteile je 70 Euro zeichnen. Macht insgesamt 70.000 Euro. Im vergangenen Jahr lag dabei die Ausschüttung bei 3,25 Prozent. Macht eine Dividende von 2.275 Euro. Klingt nicht schlecht, oder? Leider schüttet dieses Geld aus Corona-Bedding dieses Jahr keine Dividende aus. Überregional auf Genossensuche ist auch die Ökobank GLS. Diese gehört übrigens zu den wenigen Genossenschaftsbanken, bei der die Maximalanlagesumme nicht gedeckelt ist. Sprich, ihr könnt dort so viel Geld anlegen, wie ihr möchtet. Das ist bemerkenswert, denn die meisten Banken und Sparkassen wollen sich vor einer möglichen Geldflut aktuell eher schützen. Warum die Ökobank das Geld gut gebrauchen kann, hat uns Vorständin Aysel Osmanoglu verraten. Also da würden wir uns richtig freuen, wenn sie uns mit Eigenkapital fluten könnten, mit Genossenschaftsanteilen oder mit GLS-Anteilen. Weil eben das ist die wirkungsvollste Art, Investitionen zu tätigen, also in die Zukunft zu investieren. Und wenn man sagt, ich möchte da unendlich viel Geld für die Genossenschaftsanteile bei der GLS-Bank anlegen, das versetzt uns in die Lage, dass wir genau das, was wir uns vorgenommen haben, gesellschaftliche Veränderungen auch voranzutreiben. Und nach oben gibt es keine Deckelung, weil wir eben viel zu tun haben und auch viel vorhaben. Und da möchten wir das natürlich in die Zukunft auch so tragen. Sagt die Vorständin der GLS-Bank, Aysel Osmanoglu. Aber es gibt bei der GLS-Bank auch zwei Nachteile. Erstens die lange Laufzeit. Wer sein angelegtes Geld zurückhaben möchte, muss eine Kündigungsfrist von fünf Jahren beachten. Zweitens jeder, der dort Kunde oder auch Genosse sein will, zahlt einen Mitgliedsbeitrag von insgesamt 60 Euro im Jahr. Was natürlich wiederum auf die Rendite drückt. Kommen wir nun aber zu zwei Genossenschaftsbanken ohne Wenn und Aber. Das ist einmal die Raiffeisenbank im Hochtaunus. Bei ihr kann man pro Person bis zu 50.000 Euro zeichnen. Durch eine Satzungsänderung wurde die Kündigungsfrist jüngst erst auf sechs Monate verkürzt. Und das Geld wird ab dem Tag des Eingangs verzinst. Beschlossene Dividende für 2019 2,5 Prozent. Doch was finanzieren eigentlich die Bänke aus dem Hochtaunus mit den Geldern ihrer Genossen? Wir haben beim Vorstandsvorsitzenden Achim Brunner nachgefragt. Wir betreuen inzwischen 200 Bauträger bundesweit. Wir haben vor zwölf Jahren mal mit drei bis vier begonnen. Allein daran sieht man, wie wir gewachsen sind in dem Bereich. Was die Kundenanzahl betrifft und natürlich auch das, was wir an Geschäftsvolumen bewegen. Dafür brauchen Sie als Bank Eigenkapital oder eine entsprechende Eigenkapitalausstattung. Sagt Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank im Hochtaunus, Achim Brunner. Bundesweit unterwegs ist auch die Volksbank Dortmund Nordwest. Hier kann man mit 45.000 Euro zwar nicht ganz so viel zeichnen, doch die Dividende ist mit 3 Prozent etwas höher. Die Kündigungsfrist beträgt übrigens drei Monate zum Jahresende. Saat der Dividende hin oder her, wie sieht es eigentlich mit der Sicherheit aus? Zugegeben, es gibt keine Einlagensicherung wie beim Tages- oder Festgeld. Es ist eben eine unternehmerische Beteiligung mit dem entsprechenden Risiko. Aber die knapp 850 Volks- und Raiffeisenbanken stützen sich gegenseitig. Es hat daher auch noch nie eine Pleite einer Genossenschaftsbank gegeben. Finanzexperten wie Stefanie Heise von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sind daher auch der Meinung, dass die Risiken äußerst überschaubar sind. Ein letzter wichtiger Punkt, über den ihr vielleicht noch stolpern könntet. In den Satzungen einiger Genossenschaftsbanken findet man eine sogenannte Nachschusspflicht. Was ist das? Theoretisch muss ein Mitglied im Falle der Insolvenz der Bank pro Anteil nochmal den gleichen oder sogar noch einen höheren Beitrag nachschießen. Da es aber, wie bereits erwähnt, noch nie zu einer Pleite einer Genossenschaftsbank kam, musste das bisher auch noch kein Mitglied tun. Die meisten VR-Banken haben diese Klausel bereits aus ihren Satzungen herausgenommen. Die Nachschusspflicht soll 2022 ohnehin bundesweit abgeschafft werden. Zum Schluss noch ein paar Tipps, wie ihr am besten vorgeht und worauf ihr unbedingt achten solltet. Erstens, erkundigt euch, wie viele Anteile ihr bei der Genossenschaftsbank vor Ort zeichnen könnt und wie hoch diese Anteile auch sind. Zweitens, lasst euch die Dividendensätze der vergangenen drei Jahre nennen. Drittens, werdet ihr nicht fündig oder habt weiteren Investitionsbedarf, wendet euch an die VR-Banken, die bundesweit nach Investoren suchen. Viertens, bezieht unter anderem vielleicht auch eure Kinder in die Überlegungen mit ein. Fünftens, denkt daran, dass die Kündigungsfristen verschieden lang sind und haltet für Notfälle eine Reserve von mindestens drei Monatsgehältern auf einem Tagesgeldkonto bereit. Sechstens, eine Investition in Genossenschaftsanteile sollte nur einer von mehreren Bausteinen bei der Vermögensbildung sein. Wichtig ist immer eine breite Streuung auf mehrere Anlageklassen. So, das war es auch schon wieder für heute. Also, wer von euch geht unter die Genossen? Wir freuen uns über eure Kommentare. Ebenso würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und die Glocke betätigt, damit ihr auch wirklich kein Video mehr von uns verpasst. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.